Wie wird Sexualität gelebt? Wie lebst du deine Sexualität? Wie leben Menschen in Sexualität? Das große, große Thema, das die Menschheit immer und immer wieder beschäftigt. Egal in welcher Spielart, egal in welcher Historie, in welcher Epoche, egal in welcher Kultur. Egal ob verdeckt, geheimnisvoll, seltsam hintenrum oder ganz offensichtlich und vielleicht viel zu stark so in dem Offensichtlichen, was da ist. Sexualität, ein Thema, das wir uns immer wieder eingestehen, mit dem wir leben. Und ohne Sexualität ist das Leben gar nicht vorstellbar. Allerdings die Varianten, die Spielarten von Sexualität, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Wie wird Sexualität gelebt? Die tausend Wege und die vielen Möglichkeiten. Natürlich das Offensichtliche, zunächst mal der Sex zu zweit in einer Beziehung. Also eine stehende, eine feststehende Beziehung, eine gebundene Beziehung, eine abgesprochene Beziehung. Ein Einvernehmen natürlich, ganz wichtig. Und wie haben wir unterschiedliche Spielarten? Weil wir natürlich unterschiedliche Menschen sind, mit unterschiedlichen Präferenzen. Zum Beispiel das Erkunden, das Probieren, damit eben das Erfahren und damit eben auch das Üben. Sexualität stellen sich viele Menschen vor in der Fantasie als Möglichkeit. Erfahren sie dann aber Sexualität tatsächlich in der Realität. Dann merken sie sehr schnell, dass sie im Probieren etwas üben müssen. Also etwas wiederum erfahren müssen, etwas wiederholen müssen und tatsächlich im Üben auch eine wichtige Erfahrung und damit eine wichtige Praxis sammeln. Dann, ich nenne das mal ganz gern so diese absichtsvolle Absichtslosigkeit. Absichtsvoll sind wir in der Sexualität immer, weil es ja ein Trieb ist, ein Drive ist. Also es ist etwas, was uns macht. Darüber sollte sich jeder Mensch im Klaren sein. Ich kann natürlich Sexualität kontrollieren. Ich kann Spielarten entwickeln. Ich kann sie sehr sublim gestalten. Aber letztendlich ist es etwas Absichtsvolles in der Hinsicht, dass es ein Trieb ist. Der überkommt mich einfach. Der ist einfach lustvoll. Und die Lust wird immer wieder generiert und sie generiert sich automatisch. Und ich nenne das dann hier die absichtsvolle Absichtslosigkeit. Denn eine Absichtslosigkeit in der Sexualität wird oft, oder in der sexuellen Praktik wird oft proklamiert. Aber es ist letztendlich das dahinterstehende Absichtsvolle des Triebes. Aber die Absichtslosigkeit bezieht sich dann, ich lasse mal auf mich zukommen, was so passiert. Das kann sehr schnell gehen in der Sexualität, das kann sehr langsam gehen, das kann sehr unterschiedlich gehen, das kann mit Orgasmus sein, das kann ohne Orgasmus sein. Das ist einfach in dem Sinne absichtslos, weil es spielerisch erlebt wird und weil man einfach probiert und etwas erfährt. Es kann aber eben auch gewohnt sein. Also die gewohnte Sexualität, man hat also eine Partnerin, einen Partner mehrere Mal erlebt und kennengelernt und dann geht man natürlich diese gewohnten Wege immer wieder. Diese Gewohnheiten. Und das kann für beide sehr gut sein oder für einen sehr gut sein, für den anderen nicht gut sein. Aber es ist eben etwas Vertrauenswertes oder Vertrauensvolles, Gewohntes. Das Ganze kann natürlich auch gewollt sein. Ich will das. Und dann kann der Wille sehr stark sein oder der Wille kann schwach sein. Der eine überrumpelt den anderen oder umgekehrt oder all das. Also wie gesagt, die Spielarten sind sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt hier kein moralisches, das ist gut, das ist schlecht, sondern Sexualität ist schlichtweg Sexualität. In ihren sehr unterschiedlichen Spielarten, natürlich in den Grenzen des Strafgesetzbuches, wenn wir das mal ganz profan sagen. Natürlich gibt es auch eine gezielte Sexualität. Ich gehe gezielt darauf. Ich will gezielt als Mann eine Ejakulation haben und ich möchte gezielt als Frau einen Orgasmus haben oder als Mann den Orgasmus haben. Und ich brauche einfach etwas Vorgestelltes und Gezieltes. Und das ist dann vielleicht auch sehr eingekesselt, indem man sagt, nur fünf Minuten oder drei Minuten oder vielleicht dann drei Stunden mit Kerzen, ohne Kerzen. Also das Ganze, was man so als Kultur darum herum gestalten kann. Betonen möchte ich nochmal, Sexualität ist sehr, sehr unterschiedlich. Und viele Menschen haben falsche Auffassungen von Sexualität, wie sie auch falsche Auffassungen vom Schlafen haben. Also vom nächtlichen Schlafen haben, wie man schlafen sollte, dass man durchschlafen sollte und so weiter. Was ja alles nicht stimmt. Und das ist bei der Sexualität ähnlich, denn Sexualität hat sehr, sehr viele, vielleicht sogar unendliche Varianten ihres Erscheinens, weil es eben ein so mächtiger Trieb ist, der uns tatsächlich als Mensch fährt. Und darüber sollten wir uns immer wieder im Klaren sein. Und da gibt es alles Mögliche, was man da so tun kann. Und es gibt natürlich Gourmets oder möchte gern Gourmets oder andere Menschen, die sagen, okay, das probiere ich mal alles aus und ich mache mich dann auf den Weg und bin da nur so zugange. Das kann jeder entscheiden, wie er will. Wie gesagt, die Grenzen sind das Strafgesetzbuch. Oder die Ethik, ja, nicht die Moral, sondern die Ethik dann in der Hinsicht. Desire, Desire, Desire. Also die Lust, die Lust, Lust. Und die Lust ist dasjenige, wie gesagt, das Triebhafte, das uns als Menschen führt. Die Lust generiert sich immer wieder. Die Lust entsteht automatisch. Ich bin befriedigt, also durch den lustvollen Akt, der passiert ist, so rum oder so rum, in der Form oder in jener Form. Und dann irgendwann mal kommt früher oder später immer wieder die Lust, die neu entsteht. So wie Hunger neu entsteht. Das sind ja unsere rudimentären Bedürfnisse als Menschen. Hunger, Durst, Sexualität. Und das generiert sich immer wieder, weil der Körper letztendlich einen Stoffwechsel hat und dieser Stoffwechsel einfach diese Energien braucht, um existieren zu können. Wie man dann mit diesen Energien umgeht, das mag sehr unterschiedlich sein. Alleine aktiv. Es gibt Menschen, die alleine erfahren. Also das ist das, was wir auch oft in unserer Entwicklung haben, unserer sexuellen Entwicklung haben. Zunächst mal erkundet ein Kind, auch ein kleines Kind, ein Kind, ein Jugendlicher, dann ein Erwachsener, seine eigene Sexualität und probiert einfach schlichtweg aus. Alleine aktiv. Ich probiere aus. Und das spielerische Probieren ist da interessant. Da passiert ein Rubbeln und das und jenes und plötzlich entdecke ich etwas. Und das ist lustvoll generell, das Ausprobieren, das da ist. Und plötzlich passiert ein Orgasmus. Und von da an habe ich zum Beispiel erfahren und gelernt, wie ich zu dem Orgasmus komme. Also wie sich ein Orgasmus tatsächlich auch erfahrenderweise bahnt. Meistens kommt er zunächst mal sehr zufällig. Da ist natürlich unsere berühmte Fantasie, unsere Gedanken, unsere Konstrukte, unsere Imaginationen, unsere Vorstellungen das Nonplusultra. Wie könnte das sein, wenn ich jetzt mit dieser Person, jener Person oder dort und da eben rummache und spiele und all das. Das alleine aktiv bedeutet aber auch, Pornografie zu konsumieren. Und Pornografie ist in einem Internetzeitalter omnipräsent, kann man geradezu sagen. Und zwar kostenfrei oder eben auch kostenlos mit all dem. Das Kostenfreie und Kostenlose als auch eben das Kostende. Und da gibt es einige Leute, die immer wieder erleben, dass sie dann, ja, Gott weiß was für Zahlen müssen in der Hinsicht. Also das Gekaufte, um einfach die eigene Lust dort zu leben, in dem Pornografischen. Und etwas Pornografisches ist eben etwas sehr Direktes. Auch mit sehr, sehr unterschiedlichen Spielarten. Wildnerisches, szenisches, filmerisches, mit allem drum und dran. Einen des Mediumfilms hier ganz groß, viel größer als früher die Pornoheftchen, die es zu kaufen gab, die mehr oder minder sublim waren in ihrer Art. Pornografie ist sehr direkt, kommt also direkt auch bei der jeweiligen Präferenz zur Sache. Dann natürlich der Sex zu zweit. Sex alleine ist wichtig, den auch viele Menschen leben. Wenn sie einen Sex zu zweit haben, leben sie trotzdem auch einen Sex alleine als Ergänzung, als Zusatz dazu. Oder eben dann der Sex zu zweit. Als Zweck, ich nenne ihn mal tatsächlich den Zweck, ein gezielter Sex. Nur ohne Bindung, ohne die typische Bindung, ohne die typische Freundschaft, ohne die typische Kommunikation, Kooperation und das Aushalten einer Beziehung. Sondern einfach sehr gezielt. Nur hast du Lust, möchtest du mit mir zu dem Date, zu der Verabredung kommen. Und wir entsprechend etwas machen. Also die berühmten One-Night-Stands und Co. und all das, was an Möglichkeiten ist, natürlich auch im Internetzeitalter sehr gerne zelebriert und weit verbreitet in der heutigen Zeit. Und jeder mag dazu Stellung nehmen, wie für ihn, für sie das wichtig ist oder welche Präferenz er hat. Dann gibt es natürlich auch die Menschen oder die Gruppe von Menschen, die sagen, ich weiß nicht, was Sexualität ist. Wie lebst du deine Sexualität? Und dann gibt es ein Ich-weiß-nicht, weil die Sexualität nicht da ist oder weil sie vielleicht verdrängt wird, weil sie verpönt ist, weil sie moralisiert ist, weil sie vielleicht verboten ist von einem Partner, der Sexualität verboten hat, zum Beispiel in irgendeiner freikirchlichen Einrichtung oder sonstigem Sektierertum. Es gibt da alle möglichen Sachen. Und dann kommt es zu einer Kompensation. Die Kompensation ist natürlich das, was wir in der Tiefenpsychologie Sublimierung nennen oder eben Fahrrad fahren oder Sport betreiben oder sich austoben oder sonst was. Aber es bleibt bei dieser betreffenden Schicht von Menschen tatsächlich bei einem Weiß-nicht. Weiß-nicht, geht nicht, kann nicht oder irgendetwas. Also bleibt so in der Luft und wird an sich nicht gelebt bzw. wird vielleicht nicht gelebt. Oder Weiß-nicht mit einem Zweifel, mit einem Konflikt und damit eben auch mit einer Störung. Also die Sexualstörungen, die dann sehr schnell da sein können, bei denen dann meistens auch andere psychische Störungen dahinter liegen, sodass dann eben das Weiß-nicht tatsächlich verbunden ist mit dem Konflikt, mit der Störungshaftigkeit, mit dem starken Zweifel. Dann natürlich auch das Nicht-Sexualität wird nicht gelebt. Brauche ich nicht, bekomme ich nicht, geht nicht, hat keinen Sinn, ist sinnlos, funktioniert irgendwie nicht, lasse ich also sein, ist irgendwo Niemandsland oder ein mögliches Land, das ich noch nicht kenne, zu dem ich vielleicht Lust habe oder auch nicht Lust habe, sodass ich es von vornherein gar nicht lebe. Diese Gruppe von Menschen gibt es tatsächlich auch. Oder in dem Sinne nicht, bekommt mir nicht. Ich bin unzufrieden, wiederholt unzufrieden. Es hat nicht funktioniert. Ich bin frustriert. Ich bin manchmal sogar verzweifelt. Und aufgrund der frustrierten und verzweifelten Erfahrungen möchte ich Sexualität nicht weiterleben und werde dann, was weiß ich, Philosoph, Künstler oder Gott weiß was in der Hinsicht. Oder nicht, um das auch zu sagen, zufrieden. Also das sind Menschen, die dann zufrieden sind in ihrer Haltung, sodass wir sagen können, es ist sublimiert. Das sind Menschen, die andere Dinge gefunden haben in ihrem Leben, die sie zufrieden machen und sie müssen nicht unbedingt ihre Sexualität leben. Oder eben auch die Menschen, die immer unzufrieden sind und unzufrieden und frustriert sind und damit eben auch durchaus in die Störungslinie wieder hineingehen können, die einfach durch das Leben frustriert sind. Oder eben Menschen, die tatsächlich auf sehr unterschiedliche Art und Weise immer wieder eine Befriedigung in ihrer Sexualität erlangen. Und es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Das kann also in einer schnellen Masturbation stattfinden. Das kann natürlich in der umfassenden Sexualität stattfinden. Das kann aber auch die Vereinseitigung dieser, ich nannte es vorhin, dieser Gourmet-Sexualität sein, wo man sagt, na ja, immer subtiler, immer weiter, noch eine tantrische Position und noch was Tolleres. Und dieses Ermessen endet dann irgendwo nicht. Und das führt dann vielleicht auch letztendlich zu einer Unbefriedigung. Ich will damit sagen, Sexualität ist dann doch letztendlich immer wieder was ganz Einfaches, was vollkommen Rudimentäres, was Elementares, was im Grunde genommen gar keinen Gedanken braucht und was gar keine Kultur braucht, was natürlich eine Kultur entwickeln kann, aber es ist nicht darauf angewiesen, sondern Sex ist Sex, ist Sexualität, ist Sticht, Sex, den ich mit mir alleine lebe in der Befriedigung meiner selbst, eine Fantasievorstellung oder sonst was oder eben zu zweit, zu dritt in einem Gruppensex oder welche Spielarten es sonst auch noch geben mag in der Form. Und wir machen natürlich, du siehst das ja an der Literatur, aber auch jetzt in Form der Pornografie, die uns präsentiert wird, wie vielseitig das alles sein kann und wie man viele, viele Wege finden kann und erkunden kann, um zu dem Ziel der Befriedigung, der sexuellen Befriedigung letztendlich zu kommen. Auffällig ist aber immer wieder, mir fällt in der Praxis sehr stark auf, in der Beratungspraxis, in der Therapiepraxis auf, dass viele Menschen sehr, sehr unbefriedigt sind in ihrer Sexualität und sie nicht in der Lage sind, Sexualität so zu leben, dass sie dadurch befriedigt sind, dass also diese Energie, diese rudimentäre Energie, genauso wie das Essen und wie das Trinken und das Sich-Bewegen einfach nicht gelebt wird und eine Hemmung hat und es dadurch eben zu Konflikthaftigkeiten kommt, statt einfach Sexualität einfach geschehen zu lassen, so wie es dann möglich ist.